So Leute, ich heiße euch recht herzlich willkommen zum sechsten Part von Dying Light 2 Stay Human. Wir werden uns heute um den Commander kümmern, der gestorben ist, indem wir versuchen, mehr über seine Waffe herauszufinden und somit auch vielleicht einen Hinweis bekommen, wo der Mörder ist oder wer der Mörder ist, damit wir in die Stadt kommen, um weiter nach Mia zu suchen. Und wir müssen halt wieder in die Bazaar-Rad oder halt ins erste Gebiet. Ist schon mal viel wert, Alter. Ist schon mal viel wert. So, dann gehen wir erstmal zu Harkon. Wir nehmen uns da drum. Dann gucken wir mal, was hier so geht. Ob wir noch vielleicht irgendwo was in der Nähe haben, was wir noch schnell machen können. Also, was wollten sie von dir? Aether sagte, er würde mich eventuell durch den Tunnel lassen, wenn ich ihm helfe. Was? Wobei sollst du ihm denn helfen? Er will, dass ich die Waffe von Lukas finde, den Lazarus. Er war vom Tatort verschwunden. Er glaubt, wenn er ihn findet, findet er auch den Mörder. Der Lazarus, hm? So eine gepimpte Schlagringsammlung, stimmt's? Ich kenne einen Typen, der mit Diebesgut und anderem Kram handelt. Ein Hehler? Teilzeit Hehler, Vollzeit Betrüger. Aber recht ungeschickt. Die halbe Stadt ist wegen seiner Schulden hinter ihm her. Wenn einer in Villedor dumm genug ist, eine Peacekeeper-Waffe zu kaufen, dann er. Wie heißt er? Hubert Kabatzos. Hubert, Junge. Hubert, Junge. Hubert, Junge. Hubert, Junge. Hubert, Junge. Na, da würde ich sagen, auf dafür. Dann gehen wir mal zum Hubi. So. Wo ist Hubi? Da vorne ist was. Da vorne ist was. Da vorne ist was. Da vorne ist was. Da gehen wir hin. Da gehen wir direkt hin. So. Blaues Zeichen war, glaube ich, irgendein Event war. Oder war das nicht blau? War das nicht letztens, dass hier irgendwelche Peacekeeper-Dullis oder hier von diesen Söldnern sind? Ja, richtig gut mit dem Hochklettern. Warte mal. Kurz Ausdauerrecken. Machen wir so. Machen wir so. Gehen wir da runter? Ja, ja, ja. Das waren die Söldner. War nicht Söldner. Das waren die... Moment mal. Erst mal muss ich den Weg finden, wie ich da überhaupt drunter gekommen, Alter. Können wir den Jump machen? Ich hab's falsch gemacht, auf jeden Fall. Geht anders, aber egal. Kriegen wir. Kriegen wir. Kriegen wir einen Schlag zu. Harry. Sprung. Na, da ist ja keiner. Hey, Louie. Besser Arm ab als abends vom Bro. Oh, fuck. Hat recht gehabt, Alter. Einfach gecallt. Kopf ab, oder? Bleib hier. Bleib hier. Bleib hier. Bleib hier. Wer nicht weg. Bleib hier. Nö, aber absolut hinten in die Sehne rein. Fußballkarriere vorbei. Er wollte mal Profi werden, aber kritisch. Das Schloss, einfach die Übung. Einfach gealltappt. Einfach das Schloss gealltappt. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Nackengamarsch. Das ist für Kopfbedingungen. Ach so. Okay. Halt einfach nur wie ein Tuch vor der Nase. Okay. Wir müssen zu Hubert da lang. Oh, das ist ganz kritisch eigentlich, so Wege zu gehen. Aber passt schon. Die sind nämlich alle ein bisschen, äh, ein bisschen, ein bisschen geschwächt von der Sonne. Kann man das ruhig mal machen, ne? Wenn du einfach durchrennen kannst, springst du über so einen Kadaver drüber. Passt. 1A. Mineral weggeschnetzelt. Passt schon. Honig nehmen wir mit. Ist da noch jemand? Oh. Hallo? Oh, du spinnst nicht. Alles cool. Alles gut. Alles. Schlaf. Der, der, der ist nur müde. Der ist nur ein bisschen geschwächelt. Also Zombie-Apokalypse macht dich halt ein bisschen kaputt. Da muss man halt einfach durchhalten und durchziehen. Hintrateiche. Teilen Sie die Gruppierungsgebäude frei und aktivieren Sie es. Können Sie es holen? Oh, das ist da vorne, das ist doch auch eins. Oder ist das doch mein Lager hier vorne? Hä? Soll ich denn zu meinem eigenen Lager gehen? Wie, das war das nicht? Sieht nur genauso aus. Ja, moin. Ah, so. Noch ein Stück. Noch ein Stück jetzt. Warte, wir warten noch ein Stück. Oh, das klappt ja wieder richtig gut mit dem Klettern. Bin wieder absolut in Form. Warten bis es ganz unten ist, dann einfach draufhüpfen. Was ist denn das Problem dabei jetzt? Oh, perfekt. Oh, das ist Hubertus. Da wollen wir aber noch nicht hin. Wir wollen das Ding da aktivieren. Ja, das ist mir eigentlich relativ egal, was du gerne hast und was nicht. Wir haben gerade nur ein Ziel und das ist, da vorne ranzukommen. Damit wir ein neues Lager hier bekommen. Mit dem Lager sind halt auch immer noch ein paar freshe Kisten dabei. Wo geht es hoch? Hier drüber wahrscheinlich, wa? Na, das ist ein Leiter. Das ist the easy way. Ja, und so haben wir ja schon wieder ein neues Lager. Die sehen halt wirklich alle gleich aus. Was waren die jetzt da? Das sind noch Peacekeeper. Aber warum bauen das Peacekeeper auf? Oh, was? Ach, das wird nur so eine kleine Pissstadt. So ein kleines Pisslager. Das ist einfach eine Festung. Die haben eine Bastion aus dem Scheißding gemacht. Äh, 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 was? Das ist ja absolut verrückt. Wie hätte ich das jetzt ändern können? Sagen wir, ich will doch eine andere Fraktion. Bist du Hubert? Nee, ich bin's nicht. Ich warte auch auf Hubi. Also stell dich hinten an. Verstanden. Weißt du, wann er hier sein wird? Vielleicht in einer Stunde. Vielleicht in zwei. Bei dem Halbaffen weiß man nie so recht. Aber andererseits hat er den besten Fusel. Das Warten lohnt sich also. Tja, dann warten wir mal. Oder? Ich will ja nichts sagen, Bro. Da hab ich hinten abgemurkst. Heimvertrauen in der Apokalypse. In dem Lager, okay, okay, cool. Kann man machen. Aber nicht, wenn sie, wenn sie hier rumeiern. Bist du Hubert? Wer will das wissen? Mein Kunde. Ich will was kaufen. Hey, du bist der Fremde, den sie hängen wollten, stimmt's? Hey, Hubi. Du hast einen besonderen Kunden. Der Pilger vom Bazar ist da. Warte. Ich will nur etwas kaufen. Boah, der rennt weg. Also, das war Hubi. Stimmt's? Sag mal, läuft dir nicht gerade jemand weg? Jürgen, wir werden uns den so hart snacken. Warten mal ab, Leute. Ich hab geübt. Geht jetzt richtig voran. Geht jetzt richtig voran. So, Rolle. Dadurch. Er kann rennen, wie er will. Ich bin schneller. Jahrelang selber Parcours-Schuh gewesen. Gehen wir da? Da. Kleine. Ich bin eigentlich gerollt, aber egal. Ach, da oben durch? Das könnte man ein bisschen schneller machen, ne? Aiden. Ist jetzt kein Hate oder so, aber ich meine nur. Ho, ho, ho. Insane. Das Rennen ist insane. Hör, fuck Mirror's Edge. Was ist Mirror's Edge, wenn du deinen Leid 2 zocken kannst? Der ist da reingegangen, oder? Ne, da vorne ist die Quarantäne. Wie ist der da hochgekommen? Bro. Hier rüber? Ne, oder? Kann man das? Ich will ja aber jetzt auch nicht einfach so dranspringen. Guck mal. Ich hab ne Idee. Wir haben einen guten Plan. Ich glaub nur, das klappt auch. Brauch einen Anlauf. Ich weiß nicht, ob man mit Anlauf weiterspringt, aber ich glaub schon. Uuu. Hubi. No, 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 no. Es war, war okay. Es war sehr okay. Okay, aber für den Leiter braucht er keine Energie, okay? Gut. Ich wollte schon sagen, das wäre verarschend gewesen, wenn er für den Leiter Energie braucht. Ich hab ihn verloren, aber er muss auf diesem Dach sein. Ja, alles gut. Ich bin, ich bin auch gleich da. Beruhig dich, Harkon. Alles wird gut. Wir müssen uns einfach nur ein bisschen entspannen. Dann können wir auch Hubi, den Halbaffen, finden. So. Wunderbar. Hubert, ich will nur reden. Er hat ne freche Frisur, Alter. Was ist denn? Er hat einfach 70% Klatze. Tu mir nicht weh, ich weiß nichts. Worüber? Ich hab dich noch gar nichts gefragt. Ich weiß nichts von gar nichts. Ich schwöre. Mir wurde gesagt, du wärst ein Hehler, hm? Ein Hehler? Niemals. Wie der Verkäufer? Vielleicht. Ich suche nach dem Lazarus. Hat mal Lukas gehört. Dem verstorbenen PK-Kommander. Und tu bloß nichts, als wüsstest du nicht, wer Lukas ist. Gut, dann eben nicht. Weißt du etwas über den Lazarus? Ja, er hat's versucht. Machst du Witze? Ja, selbst wenn mir jemand den Schlagring anbieten würde, würde ich ablehnen. Ich bin doch kein Idiot. Die Waffe ist viel zu heiß. Woher weißt du, dass der Lazarus ein Schlagring ist, hm? Ich hab das nicht erwähnt. Komm schon. Jeder weiß von Lukas' kleinem Handschuh. Er hat damit immer angegeben. Wenn irgendwer denken würde, ich hätte ihn, dann würde man auch denken, ich hätte Lukas getötet. Was Blödsinn ist. Aber jemand wollte ihn dir verkaufen, stimmt's? Danke, Danke, Game, dass du wieder meinst, Bro, wir brauchen gar kein Text. Hör um von den heißen Brei zu reden. Sag schon sonst. Sie heißt Maya. Wir trafen uns im Wohngebäude am Meatpacking Square. Bei der alten Metzgerei. Aber mehr weiß ich nicht. Lass mich in Ruhe. Daneben stehen ein paar Armee-Baracken oder so'n Scheiß. Ja, das finde ich. Na, Hubi, ich hätte sonst fast den Vorschlag gemacht, dass wir einfach sagen, Hubi hätte ihn umgebracht. Und dass er den Schlagring hat, dann hätte er eh choppen müssen, wer es war. Kennst du eine Maya? Nein. Cool. Wie weit kann man fallen in dem Game? Ich gehe zum Meatpacking Square. Meatpacking Square. Abgefangte Gegend. Okay, 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 okay. Da haben sie 23 ein paar Armee-Baracken aufgestellt, kurz bevor alles vor die Hunde ging. Sie ist angeblich in einem der Gebäude, die dort stehen. Da vorne ist noch eine Base. Nehmen wir auch gerade mit. Meld dich, Kumpel. Nehmen wir auch gerade mit. Wenn wir jetzt eh schon da sind, wir müssen eh in die Richtung passt. Bin es nur ein bisschen schade, dass ich selber nicht bestimmen kann scheinbar, wer das Gebäude bekommt. Oder ist es vielleicht, weil ich, weil ich, äh, es ist jetzt nur die, obwohl, nee, wir haben zwei Fraktionen, Logo. Die anderen müssten auch eine Fraktion sein. Also hier die, mit dem, mit der Kirche, wo wir als erst gelandet sind. Geh, kurz warten. Immer mit der Ruhe. Aber mehr Windräder heißen weniger Stress, weil ich halt einfach an viel mehr Orten sagen kann bei Nacht. Bro, ich schwirr mich da jetzt einfach mal kurz hin. Passt schon. Das ist halt gut. Das ist halt top. Stark, Junge. Stück Metall dazwischen geklemmt. So geht es, Alter. Was eine geile Sicherung. Ist das jetzt wieder nur normal? Ich verstehe es nicht. Warum ist das jetzt nur ein normales Lager? Aber jetzt passt mal auf, was es da für einen guten Shit gibt in dem Ding. Wenn wir es... Oder ist das hier gar nicht so? War das nur bei dem ersten? Ja, hier. Das ist not bad. Bisschen Klamotte. Staubfilter. Bisschen Teile mitnehmen. Jetzt oben müsste in dem großen Gebäude noch eine sein. Genau da oben. Ist halt extrem gut. Von dem UV-Aspekt mal ganz abgesehen. Aber hier so ein bisschen Kisten vor früh bekommen, kann man schon machen. Eine Waffe kann man mitnehmen. Ist ein bisschen scheiße, die Waffe. Aber okay. Aber okay. Machen wir uns jetzt mal in Richtung des vermutlichen Täters auf. Mit dem Schlagring. Ah, da sind ein paar Blünderer. Die Mädchen, die waren gar nicht böse. Ja, jetzt zu spät. Das war ein Schlag. Eins. Die Schuhe funktionieren, da habe ich immer nicht verstanden. Weil ich drücke aufs Monster, aber er macht halt einfach nichts. Bei ihm wird es gerade Nacht. Das wird Nacht. Shit. Das wird Nacht. Das wird Nacht. Das wird Nacht. Wir sollten uns ranhalten. Boah, ich würde fast sagen, das waren keine Blünderer. Das waren normale Männchen, oder? Ja, feste Griff wird auf jeden Fall als nächstes geskillt. Wäre ziemlich vorteilhaft. Mir hätte schon ziemlich oft wo runtergefallen. Das hätte nicht passieren können, wenn ich den festen Griff geskillt habe. Ich meine, die Rolle war halt wichtiger, also Real Talk. Die Rolle ist halt insane. Und gerade, wenn du keinen Platz hast, wo du drauf rollen kannst, haust du einfach die Rolle rein. Und bist böse im Flow immer noch. Suchen sie Maya. Nehme ich schon mal UV-Pilze an uns. Ich glaube, Maya geht es gar nicht gut, gell? Beeilten wir uns lieber mal ein Stückchen. Was ist denn das für Geräusche? Warum? Boah, Container. Stark, 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 stark. Aufbuschmittel, Immunität. Antiseptische in der Umwicklung. Armschienen. Hey Kinder, ich suche eine Frau, die Maya heißt. Ja, was ist so witzig? Maya ist keine Erwachsene. Sie ist nur ein stinknormales Mädchen. Okay. Du hast versucht, Hubert eine PK-Waffe zu verkaufen? Ja, aber der Arsch wollte sie nicht. Ist total durchgedreht und hat mich zum Teufel gejagt. Maya, ich brauche diese Waffe. Sie ist sehr wichtig. Du erwartest, dass ich dir dieses Dingsbums einfach so gebe? Bist du irre? Der echte Name von diesem Dingsbums ist Lazarus. Und das gehört einem sehr wichtigen PK. Wenn ich es nicht zurückgebe, könnte es Krieg geben. Du kannst uns helfen, einen Mörder zu finden. Okay. Ich gebe dir das blöde Teil. Das ist nicht verarschen. 500? Bist du übergeschnappt? Und überhaupt? Wofür brauchst du so viel Geld? Von welchem Stern bist du denn? Wir haben kein Wasser. Wasser kostet Geld. Maya, das ist gefährlich. Willst du, dass die PKs dich verhaften? Gib sie sofort her. Na gut. Das wollte eh niemand kaufen. Und ich habe mich dran geschnitten. Imagine, man hätte ihr 500 Volt geben können. Oder Thaler oder was auch immer das ist. Das wäre so stupid. Ich meine, hätte sie gesagt, okay, hätte ich es vielleicht gemacht, aber im Endeffekt so scheiß drauf. Das will sie machen, wenn ich es mir einfach wegnehme. Oh shit. Wir haben jetzt eine ganz... Ne, ist doch nicht Nacht. Es war einfach eine dunkle, okay. Okay, okay. Wenn wir also auch in dunklen Gebäuden, wird das auch aktiviert, das Ganze. Wenn wir jetzt wieder zur U-Bahn-Station gehen und den Lazarus abgeben. Da unten, warte mal, warte mal, warte mal. Ne, ne. Ich hätte gedacht, da handelt es sich schon wieder um Blünderer, die wir abmurksen könnten. Da lang? Ja, also der Monat ist insane, was Spiele angeht. Keine Ahnung. Müsste mal gucken, auf meinem Kanal gibt es noch eine Playlist von Sifu. Auch ein insane gutes Game. Also wirklich, der Monat macht alles weg, was 2021 halt absolut verschissen hat. Das ist crazy. Weißt du, da ist ein Zaun. Komm, schlag zu. Schlag doch zu, los, trau dich. Um, Junge. Fuck. Wo ist der Nächste? Meldet, down. Was hast du vorgehabt, Bro? Was? Oh, okay, okay. Das ist eindeutig nichts für YouTube. Oh, shit. Ah, hier ist einfach der Schädel weggeplatzt. Mein Name ist voll. Mein Name ist voll? Ne, oder? Wo hat er den Siegel jetzt wieder getroppt? Oder hat er den in der Hand gehabt? So, Lazarus, 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 da vorne. Vielleicht komme ich schneller ins neue Gebiet, als gedacht, ey. Oh, ne, wir haben den Lazarus. Wir brauchen aber noch den Mörder, stimmt. Ist ja noch gar nicht erledigt damit. Irgendwas sagt mir, dass das irgendwas Dummes noch passieren wird. Oh, das war knapp. Oder dass es zumindest ein Charakter war, den wir schon mal über den Weg gelaufen sind. Was heißt das? Heißt das, dass Nacht wird? Und hier auf einmal hier so mit den Sirenen durchdrehen? Das wird ein riskanter Sprung, holy shit. Oh, das war ein riskanter, aber guter Sprung. Das ist doch. Warte, 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 warte. Warte, warte. Weg mit ihm. Kein Problem, Dude. Ich meine, ich habe ihm geholfen. Das war eine wichtige Tat für die Gruppe. Ah, der Herr, wie geht es Ihnen? Ah, 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 können Sie das sein? Ah, ich weiß nicht, vielleicht. Ein Speer aus einem Rollen. Ja, joa. Ah, der Pilger kehrt zurück. Hoffentlich nicht mit leeren Händen. Ich habe den Lazarus. Wow. Ich wusste, dass Sie Dinge schaffen können, die wir nicht schaffen. Wo ist das Schwein, das ihn hatte? Am Meatpacking Square. Sie haben ihn doch nicht gehen lassen, oder? Das hätte der Mörder sein können. Ein Mädchen hatte ihn. Zehn Jahre alt oder so. Sie hatte ihn nicht getötet, sondern nur die Leiche geplündert. Stopp. Wir machen später weiter. Lassen Sie uns allein. Ich habe getan, was Sie wollten. Nun sind Sie dran. Bringen Sie mich ins Zentrum. Ich bin nicht befugt, den Tunnel zum Zentralring zu öffnen, Pilger. Meine Leute wollen, dass ich den Killer finde. Ada, Sie haben es mir versprochen. Beruhigen Sie sich, Pilger. Ich halte meine Versprechen. Nehmen Sie das hier. Ein kleines Dankeschön. Ada, ich muss ins Zentrum. Kapiert? Sie suchen jemanden, richtig? Ich möchte auch in den Zentralring. Meine Frau und Kinder sind dort. Von hier aus kann ich Sie nicht beschützen. Der Tunnel geht auf, sobald ich den Killer habe. Verstanden? Sie können mir helfen? Oder warten, bis ich ihn selbst gefunden habe? Ich sehe Blutspuren auf Lazarus. Lucas konnte seinen Mörder also vor seinem Tod verwunden. Das Schwein muss eine mächtige Schramme haben. Wenn Sie ihn für mich finden, helfen Sie nicht nur mir, sondern Sie helfen auch sich selbst. Okay. Gibt es Verdächtige? Der Commander wurde im Bazar ermordet. Es muss einer der Bazarleute gewesen sein. Ich werde versuchen, Lucas Mörder zu finden. Sehr gut. Damit gelangen Sie ins Zentrum. Gehen Sie zurück in den Bazar. Muss ich noch was wissen, bevor ich gehe? Tatsächlich ja. Aber das muss unbedingt unter uns bleiben. Niemand darf etwas davon erfahren. Klingt ernst. Derjenige, der Lucas umgebracht hat, hat eine Trophäe mitgenommen. Schnitt ihm die Tätowierung direkt aus dem Arm. Sie haben an seiner Leicherung geschnitten. Wieder nicht. Ja, total. Wenn meine Männer herausfinden, dass Lucas so geschändet wurde, drehen Sie durch. Es würde totaler Krieg ausbrechen. Ich erzähle Ihnen das, denn wenn Sie diese kleine, naja, Trophäe finden, haben Sie auch den kranken Wichser gefunden, der Lucas umgebracht hat? Verstanden. Ich mache mich sofort auf den Weg. Aber, aber jetzt ohne Scheiß, gell. Ich mag den Charakter irgendwie. Wie geil ist das denn? Du gehst aus der Quest nach Hause und hast auf einmal einen Dude vor dir, Junge, der sich fett tätowieren lässt erstmal. Natürlich. Ich setze große Hoffnungen in dich, Aiden. In der postapokalyptischen Welt in seinem Büro, Alter. The Harkon? Hater will, dass ich Lucas Mörder finde. Nur dann hilft er mir ins Zentrum zu kommen. Du erledigst seine Drecksarbeit. Also das überrascht mich kaum. Er sagt, ich soll am Bazar anfangen. War ja klar. Die PKs und der Bazar hassen sich gegenseitig. Auf dem Bazar gibt es nur zwei Leute, die wichtig sind. Einer davon ist dieser aufgeblasene Prediger Karl. Den kenne ich. Wen gibt es sonst noch? Sophie, seine rechte Hand. Sie kann gut mit den eher rebellischen Seelen des Bazars umgehen. Hilft dabei, sie im Zaum zu halten. Dodger wäre da auch noch. Ein kleiner Gangster. Weiß immer, was abgeht. Und Joes Banditen. Aber die haben Angst vor den PKs. Harkon, ich merke schon, du bist wichtig in diesem Fall. Okay, Bro. Alles cool. Alles cool. Ah ja. Würde ich beinahe behaupten, machen wir uns im nächsten Part Richtung Bazar. Und checken mal ab, was mit Lukas passiert ist. Ich meine, wir haben jetzt auch ein bisschen was erreicht. Wir haben zwei Lager aufgeschlagen. Eins davon irgendwie ziemlich groß. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ikea-Einmöbel-Liebung ein bisschen verrutscht. Aber komm, net Wayne. Passt schon. Halt. Ja. Läuft. Läuft einfach. Würde ich sagen. Alter, haut es da rein. Like, Abo. Würde mich freuen. Tschö, tschö, Leute. Tschö, tschö, Leute.